Nach der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten hat das Image der Vereinigten Staaten im Ausland gelitten. Nur 22% der in 37 Ländern befragten Menschen vertrauen in Trumps Außenpolitik, auch in Amerika selbst wird Trump mit einigen Problemen konfrontiert. Lesen Sie die neuesten Entwicklungen der US-Politik im News-Ticker von Focus Online. 22,25 Uhr US-Präsident Donald Trump geht nach eigener Darstellung davon aus, dass die US-Streitkräfte in naher Zukunft nicht in eine kriegerische Auseinandersetzung verwickelt werden. Ich erwarte das nicht, sagte Trump am Mittwoch in Washington bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Norwegens Ministerpräsidentin Erna Solberg auf die Frage, ob ein Krieg bevorstehe. Er stehe für den Grundsatz, Frieden durch Stärke, sagte Trump. Das US-Militär werde derzeit modernisiert und neu aufgestellt. Wir bauen unser Militär auf bis zu einem Punkt, wo wir noch nie zuvor waren, sagte der US-Präsident. Im Konflikt mit Nordkorea und dessen Atomwaffenprogramm sieht Trump fortschritte, ich sehe eine Menge guter Energie, betonte er. Es habe zuletzt großartige Gespräche gegeben, die Resonanz sei sehr gut gewesen, nicht zuletzt in einem Telefonat mit Südkoreas Präsidenten Mong J.A.E. in am Mittwoch. Protest im Profi-Football erreicht New Yorker Kunstszene 10,02 Uhr. Der Streit um Protestaktionen von Footballspielern gegen Polizeigewalt und die Diskriminierung von Minderheiten in den USA wird nun auch in der New Yorker Kunstszene ausgetragen. Die Sammel-Ausstellung Sideline in der Galerie Le Long Co. zeigt Werke von acht Künstlern, die Fragen zu Machtmissbrauch sowie Symbolen von Sportmannschaften und Nationen stellen. Samuel Levy-Jones nutzt für sein Werk No-Fucking-Liberty keine verdammte Freiheit, etwa Football-Leder, Grasflecken und Erde. Patrick Martinez greift dagegen mit neonfarbenen Leuchtröhren den alten Streit darüber auf, ob einige der Teamnamen und Mascot-Chen in der Profi-Liga NFL etwa Roth heute in Washington und Indiana in Cleveland rassistisch sind. Mehrere der teilnehmenden Künstler waren zuvor selbst als Sportler aktiv. Losgetreten hatte den Streit Colin Kaepernick, früherer Quarterback der San Francisco 49ers, als er 2016 als erster NFL-Profi während des Abspielens der US-Nationalhymne auf die Knie ging. Der Protest weitete sich auf andere Teams aus. Kaepernick hatte vergangenen Monat rechtliche Schritte gegen die NFL-Teambesitzer eingeleitet, denen er systematische Ausgrenzung vorwirft. Die Schau ist noch bis 17. Februar zu sehen. US-Gericht Trump muss Schutzstatus für junge Einwanderer weiter gewähren. 6.16 Uhr Ein US-Gericht hat die Aberkennung des Schutzstatus für Einwanderer, die als Kinder illegal ins Land gekommen sind, für rechtswidrig erklärt. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump müsse das sogenannte DACA-Dekret der Third Action for Childhood Arrivals wieder in Kraft setzen, verfügte Richter William Alsup in San Francisco am Dienstag Ortszeit in einer 49-seitigen Entscheidung. Trump hatte das Dekret seines Vorgängers Barack Obama im September für ungültig erklärt. Es betrifft rund 700.000 Migranten, die als Kinder illegal ins Land gekommen waren. Obama hatte ihnen mit seinem Dekret von 2012 eine begrenzte Aufenthalts- sowie eine Arbeitserlaubnis, jedoch kein Einbürgerungsrecht zugestanden. Trump hatte seine Entscheidung gegen das Dekret mit der Aufforderung an den Kongress verbunden, bis zum 5. März 2018 eine gesetzliche Regelung für diese als Dremas-Träumer bezeichneten Einwanderer zu finden. Andernfalls verlieren sie ihren Schutzstatus, Trump führte in der Sache bereits Gespräche mit den Demokraten. Der Republikaner fährt einen einwanderungsfeindlichen Kurs. Während seines Wahlkampfs hatte er ein Wanderer aus Mexiko pauschal als Vergewaltiger gebranntmarkt. Im Video Kim hat die Angst gepackt, wieso Nordkorea auf einmal das Gespräch sucht.